Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur nächsten Folge von meinem Twilight Princess Let's Play. Ha! Dass ich so schnell eine neue Folge hochlade, das hätte ich wohl nicht gedacht. Überraschung, Überraschung. Es geht tatsächlich nicht erst nach drei Monaten weiter. Ich habe von euch einen Tipp bekommen und zwar Licht vertreibt den Nebel, habt ihr geschrieben. Sollen wir natürlich mal gucken. Oh! Schaut mal, ist ja hochinteressant. Ja, hochinteressant. War ich jetzt zu schnell oder? Muss ich dem richtigen Weg folgen? Oder? So. Ich weiß ja nicht, ob es hier jetzt zu undurchdringlich wird oder ob ich nur langsam genug sein muss. Oh, das Lampenöl. Aber hier war das doch irgendwo, was die Frau mir gezeigt hatte. Bei so diesen zwei Bäumen. Mist. Ah, okay. Schwierig. Es ist nicht ganz so einfach, wie man es gerne hätte. Aber ich meine, diese beiden Bäume hier wären gezeigt worden. Haben wir natürlich jetzt langsam wirklich das Problem. Kann man nicht so blöd blinken hier. Oh Mann, ich war wieder zu schnell, weil mich das nervös macht. Hm. Hm. Na, dann müssen wir uns da einmal durchkämpfen. Das Problem ist nur, ich habe jetzt kein Lampenöl mehr. Jetzt muss ich natürlich wieder Geld ausgeben, um mir nachzufüllen, weil ich nicht im Kopf habe, wo man das kostenlos machen kann. Irgendwo ging das ja, im Tempel oder so. Naja, egal. Es ist dann schneller, sich das Geld nachzufarmen, als jetzt hier irgendwo in irgendein Tempel zu laufen. So, der Kollege saß doch hier hinten. Ja, für 20 Robine. Ja, komm. Eigentlich hätte der Link ja jetzt noch irgendwie seine Lampe so nach vorne halten müssen und das hätte da so reinlaufen müssen. Das hätte ich mir gewünscht. Aber gut. Die Macher von Twilight Princess haben ja schon so viel, Hilfe, so viel Arbeit reingesteckt in kleine Details. Das soll ja nicht zu viel des Guten sein für eine dumme Szene bei einem Händler. Ich muss ja tatsächlich fast sagen, dass mir ja, dass ich fast sagen würde, es sind, also ich sag mal, wenn man sich irgendwie wünschen würde, dass die Tempel noch ein bisschen ausgefeilter wäre und man sieht, mit wie viel Detailliebe man hier diese Animationen gemacht hat, dann würde man sich eben wünschen, dass sie vielleicht noch etwas mehr Arbeit in die Tempel gesteckt hätten oder so. Und nicht in diese Details. Aber da will ich hier jetzt natürlich auch nicht den Miesepeter machen. Meine Herren, du, hier kommt man ja fast gar nicht durch. Habe ich da gerade irgendwas erspäht? Ne, nix. Es wird ja noch ein teurer Spaß hier. Ich versuche jetzt mal auf die andere Seite der Bäume zu kommen. Soll das da links eigentlich ein Steg sein? Der irgendwie kaputt gegangen ist? Ja, ne? Gibt hier jetzt auch noch Gegner? Da, guckt mal! Schaut mal da! Wehe, auf dem letzten Meter geht mir jetzt noch hier die Geduld aus. Seht ihr dieses Detail, wie er da die Lampe abgestellt hat? Oh, 50 Chubine. Nice. So, hier sollen jetzt aber eigentlich zwei... Okay, das war noch nicht der Herzcontainer. Äh, das Herzteil. Ich soll ja irgendwo Lampen anzünden. Hm. Okay. Hey, Leute, ich dachte, ich hole mir jetzt mal eben schnell hier das Ding und dann ist das hier so ein Akt. Ich frage jetzt natürlich, ob ich vielleicht tatsächlich zum Ausgang muss. Ich dachte eigentlich, das wäre jetzt hier bei diesen Bäumen, weil das ja in der Prophezeiung mir gezeigt wurde. Sollen wir nochmal von der anderen Seite gucken? Ich meine, im Prinzip würde man ja auch einmal durch können, aber das dauert halt so lang. Vielleicht geht es auch ein bisschen schneller, als ich es jetzt gemacht habe, aber hat man ja gesehen. Ein kleiner falscher Schritt und schon... Schon war es das hier. Ich meine, erspähen wir hier denn vielleicht schon irgendwas? Ich meine, erspähen wir hier denn vielleicht schon irgendwas? Kann ich nur mit viel Geduld jetzt hier durchlaufen? Also hier ist ja offenbar nichts mehr, ne? Die Kiste haben wir aufgemacht. Gehen wir mal ein bisschen in die Richtung hier. Mann! Wieso? Ich verstehe es nicht ganz. Ich verstehe es nicht ganz. Guck mal, hier ist schon mal eine Pflanze. Das ist doch eigentlich schon mal ein Zeichen, dass hier irgendwas kommt, oder? Das geht mir wieder das scheiß Öl aus. Aber ich habe in keiner Komplettlösung gelesen, dass ich mit der Lampe in hier den Rauch reingehen muss. Hä? Siehst du, das würde ich sagen, ist sogar ein Bug. Weil normalerweise klappt das auch, wenn ich die Lampe am Gürtel habe. Und hier muss ich sie aber erst... Ne. Schaut mal, wenn man gestorben ist, dann hat man die Lampe zwar noch in der Hand, aber sie funktioniert nicht. Leute, da hat Nintendo was versaut. Ja, und ich bin ein bisschen erbost. Weil ich dachte, ich hole jetzt mal schnell hier den Scheiß und es ist gar nicht so einfach. Ich meine, das Gebiet ist ja schon recht groß hier. Das ist jetzt alles mit der... Ich muss ich ja auch da oben hin. Ihr habt ja geschrieben, die Komplettlösung ist vielleicht spiegelverkehrt, weil die für Twilight Princess Original ist und nicht für HD. Na gut, Leute, das ist blöd so. Ich werde mich mal fix... Ich werde mich mal fix da hier auf die andere Seite teleportieren, mein Öl wieder auffüllen. Und dann... Dann gehen wir mal da in Richtung Nord... Nordosten. Vielleicht ist es ja tatsächlich das Spiegelverkehrte und da irgendwo finden wir das. Das ist aber die Prophezeiung in meinen Augen falsch. Aber ich überspringe das mal, ist ja langweilig. Bis gleich. So, Leute, mit frischem Lampenöl sind wir wieder am Start. Dann wollen wir mal hier ein bisschen Richtung Norden laufen. Ich hätte nie gedacht, dass dieses dumme Lampenöl hier mal zum Problem wird. Ich weiß gar nicht... Dieses Gras hier, bringt das eigentlich irgendwas? Warum wächst das im Gift? Oh je, geht das langsam. Und oh je, sehe ich wenig. Naja, wir haben Geduld, ne? Ja, wieder ein Gegner, ist gut. Nein! Seht ihr, genau das passiert. Jetzt bin ich wieder hier auch noch. Naja gut, da ist man schnell wieder zurück. Ja, also, äh, was soll ich erzählen? Es ist, ähm, sehr spannend. Ich darf nicht zu feste nach vorne drücken. Ich darf nicht zu forsch sein. Ich darf mich nicht provozieren lassen. Auch beim Kampf ganz langsam und friedlich. Ein bisschen Geld wieder auffüllen, ist gut. Wir haben noch genug Öl, wir brauchen uns nicht hetzen. Wir gehen hier jetzt mal schön langsam, da sehe ich doch wieder was. Eine Kiste. Die allerdings wahrscheinlich mal wieder Geld beinhalten wird und kaum ein Herzteil. Ja. Ja. Oh, das war fast zu schnell. Na, 10 Rubine. Mal aufzufüllen. Jetzt gucken wir mal in die Richtung. Ist aber wohl nichts mehr. Ich meine, es ist ja schön, dass wir hier so viel in diesem Giftteich versteckt haben. Ich drücke gleich hier auf Pause und gucke nochmal in mein Video rein, wo die Prophezeiung ist. Das ist ja alles Betrug hier. Ich meine, wo sieht es denn hier nach was aus, wo man hin müsste? Lampenöl ist schon wieder alle. Und alles, was ich hier finde, ist Geld, um meine Unternehmungen zu finanzieren hier in dem Ding. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Ich meine, hier spuken nur wieder diese Pflanzen rum. Die kennen wir aber schon, ne? Die haben wir ja schon von der anderen Seite aus gesehen. Ich weiß gar nicht. So sieht man es vielleicht sogar noch besser. Oh, jetzt habe ich die Lampe ausgemacht. Hm. Ja, wisst ihr was? Ich mache jetzt mein Video auf und da gucke ich nochmal, was die Prophezeiung sagt. Und ich hole mir neues Öl. Bis gleich. Bis gleich. Hey, schaut mal Leute. Ich habe eine, oh. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, dieses Zeug etwas leichter zu vertreiben. Und zwar muss ich immer schön mit der Lampe wedeln. Dann kriegt das Zeug hier Angst. So, aber hier ist tatsächlich sonst nichts mehr. Dann wollen wir doch mal gucken. Komischer Nebel ist das. Natürlich verbrauchen wir auch so das Öl recht schnell. Aber immerhin sieht man dann auch ein bisschen was. Muss nicht die ganze Zeit über Angst haben. So, hier ist schon mal nichts. Das ist doch komisch. Und ich nehme mich, ich habe hier auf meinem anderen Bild, habe ich die, ähm, dieses Bild, ne? Habe ich eigentlich draufklettern? Null. Und das ist in meinen Augen, ah ne, dieser Ast fehlt da. Dann ist es vielleicht doch in die Richtung hier. Ja, 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 jetzt nerv nicht wegen dem Öl. Hm. Schwierig. Schwierig, Leute. Kann es sein, dass die Wahrsagerin mir auch irgendwie Truhen mit Geld anbietet und nicht nur Herzteile? Ich bin gerade etwas ratlos, weil ich würde jetzt behaupten, ich habe eigentlich den ganzen Teich durchgesucht. Den ganzen Giftteich hier. Gut. Dann gehen wir jetzt eben, äh, in das Schloss, äh, in den Tempel, in den Koronentempel und holen uns das andere Herzteil. Und dann gehen wir nochmal zur Wahrsagerin und dann gucken wir, ob die uns das immer noch andrehen will. Hey, Leute, ich bin hier im Koronentempel und schaut mal, wir haben hier irgendwie ganz viele Truhen liegen gelassen. Ist ja ganz furchtbar. Wie kann denn das sein, dass ich bei dem Tempel hier die einfach nicht gemacht habe? Ich dachte, wir hätten die immer gemacht. Aua. Und ich dachte mir, dann machen wir den Tempel jetzt noch komplett in dieser Folge. Wo wir am Anfang schon keinen Erfolg hatten, haben wir hier vielleicht jetzt Erfolg. Und, ähm, ja, ich dachte eigentlich, dass wir in dieser Folge dann doch mit dem Extra Dungeon nochmal anfangen. Aber, das ist offenbar völlig illusorisch. Äh, ja, wie, 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 wie ging das denn hier jetzt nochmal? Jetzt, jetzt muss ich hier noch diesen Tempel lösen. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ich mich hier irgendwie so... Ach, das ging nicht. Achso, ach, sowas ist das. Ja, ähm... Wenn mir mal jemand verraten kann, warum ich damals so schlampig war... Dann würde ich mich natürlich freuen. So, äh, wie geht's jetzt hier weiter? Wozu kann man nochmal hier rauf? Hier gab's bestimmt irgendwas, oder? So eine... Ne, ich kann wieder hier hin. Und dann bin ich wieder hier. Ist ja super. Ja, eigentlich will ich ja auch nur auf die andere Seite da hinten. Wie ging denn das? Ah, da hinten lang, ne? Muss ich da hinten die Leiter rauf? Das wird jetzt hier... Das dauert nochmal drei Folgen, bis ich hier überhaupt... Ne, ich muss da rein. Aber wie komm ich da rein? Ah, ich muss da außen rum. Okay. Okay, okay. Ich weiß das doch alles nicht mehr. Das ist praktisch ein Blind-Let's-Play, so. So. Dann so, oder was? So, und dann sicherlich hier rüber. So. Dann hier so lang. Aua. Und... Muss ich ja noch irgendwas deaktivieren, oder was? Ah, da hinten, ne? Na schön. Ähm... Schnell hier vorbei. Und dann bin ich durch den Raum durch. Fantastisch. Ganz schön wenig Leben habe ich hier, muss ich sagen. So. Dann müssen wir ja nur noch hier nach links. Ich dachte ja eigentlich, ich habe den Tempel gelöst. Dann marschiert man hier einmal so durch, wie man will. Muss nur einmal durch alle geöffneten Türen und hat ja gar keine Schlüssel mehr zu holen und alles. Aber irgendwie... Irgendwie stimmt das ja gar nicht. Hey. So, ich sollte ihn vielleicht anvisieren. So. Also hier soll es also ein... ...eine Truhe geben. Ja, was muss ich da machen, ist die Frage. Vielleicht da oben? Na ja, alle Gegner killen, ist ja schon mal immer eine gute Herangehensweise. Gut, das war es offenbar schon mal nicht. Kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich das damals nicht gemacht hatte. Wahrscheinlich da oben, ne? Die Frage ist, wie kommt man da hin? Ja, genau, das wird da oben sein. Ich muss also... Ah, ich muss mich an die Decke beamen und dann da hinlaufen. Ach, guck mal, das Ding fährt ja wieder zurück. Richtig gemein. Aber wir wollen ja eigentlich auch da rauf und nicht da durch. Gibt es da eine Leiter? Nee. Gibt es da oben einen Ausgang? Ah, ich glaube, da gibt es einen Ausgang. Okay. 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 Ich müsste jetzt sehen. Okay, jetzt aufhören. Und zack und zack. Und zack und zack. So. Wie war das jetzt? Ich muss nach oben. Ja, das ist ja schon eine ganz coole Mechanik, muss man ja sagen. So. Da muss ich ja praktisch hin. Das geht nur wahrscheinlich hier über den Raum. Ja, genau. Saß hier nicht irgendwo so ein Gorone? Hm. Der ist wohl weg. Okay. Ja, das wird wirklich eine lange Folge. Ich habe aber irgendwie auch keine Lust, jetzt hier... Hier jetzt nochmal wieder drei Folgen zu machen, bloß wie ich zwei Herzteile versuche zu finden. Und deswegen wird das jetzt eben eine super lange Folge. Die Frage ist, wie komme ich da hinten überhaupt hin? Ah, hier. Den richtigen Abzweig nehmen. Gar nicht so einfach hier, sich zu orientieren und so. Es wäre ja schön, wenn ich die Kamera mit umdrehen würde, aber es wäre natürlich zu einfach. Und wir ignorieren die dummen Schnecken einfach. Genau so. Und hier gibt es jetzt einen linken und einen rechten Weg. Und ich glaube, ich muss den... Naja, den linken nehmen, wenn wir es auf dem Kopf sehen. Komm, Link, sprinte mal ein bisschen. Ich glaube zwar, dass Magnetschuhe, die... Die einem am... Die so fest sind, dass sie einem den ganzen Körper halten können. Die sind so... Die sind so fest, dass man dann gar nicht mehr klarkommt und den Fuß abkriegt. Aber ich glaube, das habe ich wahrscheinlich schon mal gesagt, als ich den Tempel das erste Mal gemacht habe. Ich wiederhole mich wahrscheinlich. Hallo, ich will das Licht hier löschen. Es geht nicht. Ich glaube, ich bin hier falsch. Diese Plattform da unten muss ich. Oder? Da unten in der Ecke. Oder ist das... Ach, Leute. Vielleicht muss ich ja alle von diesen Dingern weg... wegkloppen. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Was müssen wir das machen? Mensch, ich will auch den anderen Knopf drücken. So. Sind hier noch irgendwo welche von den Dingern? Ich glaube es nicht. Da ist noch eine. Da auch. Ha. Na warte, du kleines Miststück. Tja. Gute Frage. Moment, wo ist denn dieser Raum überhaupt? Irgendwo oben? Wie komme ich denn da überhaupt hin? Schaut mal. Hä? Das ist doch gar nichts. Ach, schaut mal da oben. Jetzt muss ich alles nochmal zurücklaufen. Okay, ich glaube, das spule ich vor. Och, wie nervig. So, Leute. Da wären wir doch. Da haben wir doch einen geheimen Raum. Mit einer geheimen Truhe. Warum habe ich das denn damals nicht gemacht? Kann mir das mal jemand verraten? Mensch, Link, hallo, Truhe aufmachen. Und da ist das Herz da, was wir wollen. Und da ist das Herz da, was wir wollen. Die anderen Kisten holen wir uns jetzt natürlich aber auch noch. So, ich verlasse den Raum jetzt mal hier. Und ich glaube, dafür muss ich sogar das lustige Ding hier machen. Also, ich spule vor und wir sehen uns gleich. So, Leute. Wir müssen jetzt irgendwie da rauf. Nur die Frage ist, wie kommt man da rauf? Wir müssen ja also praktisch hier auf dieses... Nee, das bringt uns ja auch nichts. Ja, dieses Ding hier müsste ein bisschen anders fahren, ne? Also, diese Plattform ist hier offenbar... Mal die Nervtypen ausschalten. Ey. Also, wir müssen irgendwie da rauf. Vielleicht mit dem Greifhaken? Ach ja. Und da steht ne Kiste. Aha. Oh, ein Stempel. Okay, das wäre das. Bin ich hier unten? So. Dann fehlt uns ja nur noch hier... Zwei Kisten. Ja, nur noch zwei Kisten. Wisst ihr, was mir eben eingefallen ist, als wir da in dem Mittelraum waren? Wahrscheinlich wäre ich da ja sogar ohne den ganzen Umweg einfach hochgekommen. Weil ich ja einfach... Ähm... Das ist jetzt doof. Weil ich ja einfach die... diese Plattform-Hebemaschine da in der Mitte hätte nehmen können. So, äh... Ich finde es jetzt irgendwie echt... Ärgerlich, dass ich jetzt hier bin. Komme ich denn hier überhaupt wieder raus? Oh, jetzt bin ich am Essen. Eigentlich sind die doch egal, oder? Nein, die kommen an Land. Ja, das wird hier bald so eine Stundenfolge, ne? Alles nur von der Kiste holen und irgendwie ein Herzteil finden. Na gut. Ach so. Ja, das ist natürlich schiefgegangen. Immer wenn man es eilig hat, ne? Na gut. Äh, dann schalte ich mal wieder auf Vorspul-Modus, weil das ist ja eine Katastrophe, so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Schaut mal, hier steht eine Kiste. Ist ja unglaublich. So, 10 Rubine. Mal wieder ein bisschen hier Geld auffüllen. Ja, ich weiß, das ist jetzt alles doof. Wir brauchen das alles nicht. Aber wenigstens die Tempel wollte ich ja komplett machen. Dann ist jetzt nur noch die Frage, was wir hier mit der letzten Kiste haben. Die ist ja in dem Raum davor. Und auch hier ist es wahrscheinlich ganz einfach. Die steht da irgendwo rum. Ich muss gar nichts groß machen. Ich muss nur hinlaufen. Hier. Da steht sie ja. Guckt mal. Ich muss nur hin. Ich weiß, ihr wartet alle auf den Endboss. Ihr wollt das alles gar nicht sehen. Wahrscheinlich habt ihr schon abgeschaltet. Ich hasse es, gell? Ich hasse es. Ich habe schon abgeschaltet. So, jetzt haben wir es doch. Und jetzt ja nicht hier runterfallen. Mann, Mann, Mann. So, da haben wir nochmal 10 Rubine. Und jetzt ist auch dieser Tempel komplett. So, dann gehe ich jetzt hier raus aus dem scheiß Haus. Und dann gucken wir nochmal in Hyrule, ob die Wahrsagerin immer noch meint, wir müssen da in den Gift heisteigen. Leute, dieser Tempel ist ein One-Way-Ticket. Jetzt bin ich hier in diesem Eingangsraum und man kommt hier gar nicht mehr zurück. Guck mal, wie scheiße das ist. Ich will hier raus auf dem normalen Weg. Ja, nicht irgendwie Boss gemacht, raus teleportiert. Ja, geht nicht, ne? Kann ich vergessen. So, jetzt muss ich hier speichern und beenden oder was? Und dann bin ich wieder am Anfang. Das ist ja blöd. So, Leute, da seht ihr es. Die Frau ist immer noch der Meinung, ich soll hier zu diesem Gift-Teich. Ja, da muss ich da nochmal alles absuchen und wenn ich es gefunden habe, dann schalte ich nochmal dazu. Aber jetzt so hier, während die Folge läuft, klappt das ja irgendwie nicht. Also entweder wir hören uns nochmal, wenn ich es gefunden habe, oder der Part ist an dieser Stelle zu Ende. Und dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Oder eben bis gleich. Töne 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Schaut mal Leute, eine Sache habe ich noch gefunden, und zwar diese Kiste hier. Ich glaube aber kaum, dass das die richtige ist. Nein, da sind nur 20 Rubine drin. Ich glaube, ich werde das, was ich gerade abgesucht habe, nochmal ins Video schneiden. Da möchte ich nur mal anmerken, ich habe jetzt den ganzen See abgesucht. Ich bin jetzt hier in der Mitte, wo ich vorher noch gar nicht war. Und ich finde hier nichts. Also wo auch immer hier noch was sein soll, ich finde es nicht. Und ja, dann ist das jetzt doof. Ich brauche mehr Tipps von euch. Ihr müsst mir sagen, wo es ist. Sonst finde ich es nie. Das ist zwar sehr erbärmlich, aber was soll ich denn machen, als alles abzusuchen? So, dann sage ich aber an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß ja gar nicht, ob einer überhaupt noch hier ist. Das werden wir dann herausfinden. Ich kann ja erst weitermachen, wenn ihr mir geantwortet habt. Und wenn ihr nicht antwortet, weil ihr es gar nicht gesehen habt, dann dauert es so lange, bis ihr geantwortet habt, bis es eine neue Folge gibt. So, und damit sehe ich jetzt, ob ich treue Zuschauer habe. Ich würde es gar nicht, ähm, ich würde es ja verstehen, wenn ihr schon abgeschaltet habt. Dieses furchtbare Let's Play geht schon so lange und jetzt sowas. Schrecklich. Was soll man machen? Ich will doch diesen letzten Herzcontainer haben. Ohne kann ich dieses Let's Play nicht beenden. Und da stehen wir jetzt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns, wie ihr mir einen Tipp gegeben habt. Bis dann. Tschüss.